Um das Mikrofon während eines Gesprächs stumm zu schalten, drücken Sie einmal auf die Multifunktionstaste oder klappen Sie den Mikrofonarm ein. Zum Stummschalten des Mikrofons können Sie auch einfach das Headset während eines Gesprächs abnehmen. An der Innenseite des Mikrofonarms leuchtet eine rote LED, wenn Sie sprechen, um Sie daran zu erinnern, dass das Mikrofon stumm geschaltet ist.